ein wunderschöner der anfang ein bisschen versaut what's it up spielen waren ich gefurchte dass das englisch ist weil die quatschen die ganze zeit englisch das läuft nur beim browser da fehlt das audio das müssen wir jetzt irgendwie ersetzen ich spiele das wie ihr seht hier unten sieht man dann halt meine charaktere odin, odin asa, odin tor, äh tor asa das sind lol und dann kann man hier sagen eintragen und ich muss jetzt halt hier zwischen den verschiedenen browsern in und her wechseln und schreib hier einfach was rein und dann wird es wiederholt was ich nicht das wurde ausgewählt ich nicht also wäre natürlich mit deutschem audio wäre das natürlich viel viel besser wenn wenn der das dann deutsch vorlesen würde und wenn die Szene auf deutsch wäre jetzt kommt das nächste und hier nehmen wir auch mal jetzt gucken wir mal was mit den punkten ist weil man kann hier wir müssen ja noch mal gucken ob das vielleicht hat das im prinzip ist gar nicht mal so schlecht muss ich sagen ich habe den Professor, how do you feel? Manu. Professor, how do you feel? Lol EYIK will that niche. Professor, how do you feel? Lost Mish in Ruududum Nus. Vote for your favorite dub! Uh? Owned? Owned? Wow! What a disappointment you turned out to be! Someone's got it made in the shade! Round three! Please, do not be angry with me. You see? You see? Two. Hahaha. One. Do not be angry with me. You see? One. Ich habe jetzt einfach nur Zahlen genommen. Weil drei gleichzeitig bedienen mit langen Texten ist nicht möglich. Und jetzt muss ich halt hier auswählen. Eins. Eins. Äh. Drei. Nein! Neue. Neue. Du bist grand. Drei. 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 Machen wir mal einen Unentziehen. Eins, zwei, und er schreibt hier eine drei rein. Eins, zwei, und er schreibt hier eine drei rein. Und jetzt hat jeder einen Punkt gekriegt? Wow, you are just too much. Grab your martini glass. Next up is the final round. I want to talk to you. About what? Show him you're not just a pretty face. Enter your dub. Zwei. Oh, und er war eine drei rein. I want to talk to you. About what? Also er hat 31 Trophäen wohl. Ach so, man muss er doch beenden. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Runden er hat und so. Und man muss mindestens drei sein. Ich habe versucht, das mit einem Profil nur zu spielen, damit ich halt immer einen Text gebe. Ich habe versucht mit zwei, geht auch nicht. Ich musste, und dann war halt aktiviert, dass du halt nur mit Switch-Profil anmelden kannst. Das hat dann nicht funkt. Ich habe nur zu viel Profil, also ging das nicht. Ja, also musste ich mir was anderes einfallen lassen. Und dann habe ich das halt ausgeschalten. Aber, oh, das war schon. Der arme Bot. Also, das ist schon cool jemand. Also, wenn das jetzt noch in Deutsch kommen würde, ich würde mich so feiern. Vielleicht mit deutschen Ausschnitten. Mit Schwarzwald-Klinik oder sowas. Oder, 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 Ali, Charlie, oder, oder, oh Gott, was gab es denn da noch? Oder auch so Sachen wie, wer ist der Boss und sowas, wir damals, Night Raider, A-Team. Oh, das wäre ja geil. Aber was, ich wollte nicht. Next Game, ich wollte nicht. Time to put an egg in your shoe and beat it. See you next time on What the Dub. Ich zeige euch mal die Einstellungen. So. Und hier kann man dann halt einstellen, dass es nur mit Twitch geht. Und wenn man dann halt ein Game startet, dann lasse ich das halt... Da seht ihr könnt euch den Rob boten, den schicke ich euch dann per Privatnachricht. Oder ich sage dann halt, es ist offen für alle. Dann kann ich es auch anzeigen lassen. Dann gebt ihr einfach auf den Browser, unten steht dann playwit.com, das gebt ihr im Browser ein. Und dann gebt ihr einen Namen ein, den ihr haben wollt. Und dann gebt ihr diesen MFLJ ein. Vielleicht machen wir das doch mal im... Ich verstehe zwar kein Englisch, aber man kann ja lustige Sätze posten. Vielleicht machen wir das doch mal im Stream. Vielleicht machen wir das doch mal im Stream. Das wäre vielleicht doch... Doch, doch, das wäre vielleicht doch ganz cool. Achso, und ich kann halt auch... Warte, ich geh mal drauf. Auf der rechten Seite seid ihr dann alle untereinander. Und ich kann dann halt ihr auch Kick Player. Da ist jetzt keiner drinne. Option, ich kann jetzt den Ton auch noch anpassen. Subtitels an, Subtitels aus. Also Subtitels wollen wir ja haben, sonst verstehen wir ja nicht, was die wollen. Effekts vom Volumen. Ja, also das ist halt... Enter your room code. Doch, das werden wir doch, das werden wir mal machen. Aber ich bin, ich bin mir zu 60% sicher, das gab es für die PS3 auch mal. In Deutsch. Aber ich bin mir nur zu 60% sicher. So. Machen wir hier die Browser zu. Klick hier zu viel offen. Hier ist noch ein Browser offen. Wo ist er? Da. Opera beenden. So. Das soll jetzt auch dazu, äh, soweit gewesen sein. Reicht ja auch. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Wir werden das demnächst im Stream vielleicht denn doch mal machen. Äh. Ja. Bis dahin. Däumchen wäre ein Träumchen. Ahoi. Das sagt euer Odin. Bis dahin. Sauf ja auch.